Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 27. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Es sind gerade die Skorpiongeborenen, besonders die Skorpiongeborenen, die am Ende Oktobergeburtstags haben. Diese Glücksenergie strahlt auch aus und das empfangen auch die Fischengeborenen und empfangen auch die Krebsgeborenen. Wo liegt das Glück? Das ist die vertraute Umgebung. Eine kleine Veränderung, eine kleine Reise oder Kontakte, klärenden Gesprächen, eine Überraschung, ein Besuch oder eine Einladung. Aber das Glück liegt auch bei Verkehr oder bei Autos und auch bei Schulungen, bei Prüfungen. Gibt es auch Hindernisse heute? Nein. Diese Glücksenergie fließt. Das ist eine fließende Energie. Und die Skorpiongeborenen können das nützen, kleinere Veränderungen vornehmen, Kontakte pflegen mit vertrauten Personen wie Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Verwandtschaft. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstage, Glücksmomente im Leben berechnen und auch erkennen, wo liegt das Glück und obwohl liegen die Hindernisse und wie bewältigt man das alles. Da habe ich auch eine Lösung. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.